Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute eine Top Lidl Neuheit und zwar von Niko Feuerwerk, die Phantoms & Ghosts Raketen, die es seit dieses Jahr neu im Sortiment gibt. Es sind 11 Raketen enthalten, davon sind 6 Raketen mit einem wirklich schönen Zerleger und einem schönen Effekt am Himmel und 5 Raketen mit Heulaufstieg und einem Effekt am Himmel. Wirklich sehr sehr schöne Raketen, ich wünsche euch sehr sehr viel Spaß mit diesem Video. So, Erste. Okay, die ist einfach über mich drüber geflogen. So, Erste. So, Erste. So, Erste. Wow, die mit dem Heuler sind schon mal sehr sehr gut. Achso, da sind die Kappen, die da gehen dran immer. Na? Ja? 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 Ich muss sagen, wirklich schöne Raketen, wirklich sehr schön. Ja? 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 Ja?